0,15 bis 0,25 gibt es einen Scorepunkt, 0,3 bis 0,5 zwei Scorepunkte und wir gehen gleich weiter darauf ein, wenn die erste Übung David Beliarski, russische Nationalmannschaft. Genau, vorüber ist. Doppelsalte vorwärts mit halber Drehung. Voll von einem Doppeltwist. Doppelsalte vorwärts mit halber Drehung. Dann muss er kämpfen, rettet sich aber gut. Doppelschraube sicher in den Stand. Jetzt kommt das nicht akrobatische Teil, also ein Teil, bei dem nicht gesprungen wird. Eine verpflichtende Anforderung. Doppelsalte vorwärts mit halber Drehung. Doppelsalte vorwärts mit halber Drehung. Doppelsalte vorwärts mit halber Drehung. Drehung beginnt am Boden, während das kleine Finale zwischen dem SC Cottbus und der TGSA am Sprung beginnen wird. Und dann geht es weiter in eine Olympische Reihenfolge. Das heißt, durch Straubenhardt geht es nach dem Boden. Und das Pauschenpferd dann an die Ringe, an den Sprung, an den Barren und am Schluss das Königsgerät, das Rechnung. Vielen Dank für die Ausführung, Christian. Wir bringen kurz den Exkurs Scorepoints zu Ende. Gerne. Wir waren bei zwei Scorepunkten, die bei einem Unterschied von 0 sind.